Willkommen zurück bei Divinity Original Sin 2. Wir sind in Lohas Höhle angekommen und wir sehen hier schon so ein paar tote Zwerge und hier hinten, da rannte am Ende der letzten Folge noch irgend so ein Vieh weg. Schauen wir uns erstmal um, was es hier so zu holen gibt oder auch nicht. Ich vermute auf baldige... Guck mal, da ist hier so gar noch einer. Auf baldige Gegner. Sie fragen, was genau sie holen wird. Mit den Fingernschnipsen verlangen, dass sie sich konzentriert und sagen, was die Ursache für dieses Gemetzel war. Schatten über Treibholz. So, dann schauen wir doch mal. Halt! Nichts. Okay. Also mittlerweile sind ein paar Tage vergangen nach dem Release. Also war jetzt eine Woche. Ziemlich genau eine Woche. Und da ist noch ein zusammengerollter Schlafsack, aber wir haben einen dabei. Ich meine, wir kommen gut zurecht. Ich muss jetzt hier nicht einen Haufen Schlafsäcke mit rumschleppen. Das passt soweit. Okay, ich hätte ja gedacht, dass uns hier schon jemand erwartet, aber nein, noch nicht. Achso, hier liegen sogar noch mehr Schlafsäcke rum. Wie gesagt, einer ist dabei. Ja, und die Bewertungen für das Spiel sind ja mal wirklich hervorragend. Die fallen so gut aus. Bin ich wirklich begeistert? Wer kommt da? Eine kleine Ratte? Ich vermute, hier kommt es gleich zum Kampf. Immer wenn irgendwie gespeichert wird, passiert was. Schauen wir mal. Na gut, was ist das denn? Verdobenes Gelege. Waldläuferei mit Teil 1. Hat er noch Platz? 81 von 100? Naja, gut. Die Reime in diesem Buch sind größtenteils Unsinn, mit Ausnahme dieser drei Zeilen, die du in deinem Rezeptbuch schreibst. Die Schneide auf das Holz gepresst, schnitze sie aus dem Geäst. Ein Pfeilschaft, lang und dünn und fest. Ganz toll. Vier neue Rezepte direkt. Hmm. Passiert was? Ich mach's mal zur Sicherheit vorher schon kaputt. War vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee. Mal schauen, was hier so passiert. Ja, richtig. Ist das, wo der fliegende Void-Woken die schmerzen Säulen aus dem Beach genommen hat? Hmm. Tja, da drüben sind einige Fallen, aber auch eine Truhe. Okay, es muss anscheinend noch mehr Eingänge geben. Denn hier komme ich nicht weiter. Okay, mit ihm würde ich weiterkommen. Hm. Ha! Scheiße! verdammt was sie haben sehr knapp 600 magische rüstung oder was er ist mal gut oder was stufe 11 sind die klasse ach du scheiße auch dort ist er schon wieder Äh, Jungs, Mädels? Ah, Sibylle ist dort, der Rote Prinz ist dort, was zur Hölle, Ach, Lose ist dort unten eingesponnen, äh, äh, das hab ich gesucht. Oh, okay. So, okay. Äh. Äh. Ha. Interessant. Okay, ich bin jetzt ein bisschen baff. Hm. Alter. Äh. Ah. Schlüpfen jetzt hier überall irgendwelche Kreaturen oder was? Ich bin mir grad nicht sicher, ob... Bücher. Ich mein selbst wenn ich jetzt hier irgendwie wegkomme. Wo soll ich denn hier hin? Ist da ein Ausgang? Also. Ah. Alter, halt's Maul, ey. 146 Schaden, na klasse, okay, die haben bloß 14 Leben, aber trotzdem, ach du Scheiße, wenn ich das mit den anderen noch, äh, ich prob mich mal kurz rüber, okay, Sandor ist tot oder was? Ich bin grad total überfordert, weil ich nicht weiß, ob das so okay ist, was hier grad passiert. Ich glaub, Sibylla hatte mehr Glück. Zanisima die Wissenschaftlerin. Okay, der anscheinend auch. Lose nicht so. So. Ha. Ich mein, wo hätte ich denn hier fliehen sollen? Ich mein, hier ist ja alles voll mit den Drecksviechern. Ich hätte hier auch nirgendwo abhauen können. Doch da ist ein Ausgang. Alter. Alter. Das ist lose. Also. Das Problem ist, ich komm da ja nicht so einfach hin, weil lose, die müsste jetzt hier auch kämpfen. Zumindest sind da Eier. Palisadentore. kann die schloss knacken ich glaube nicht ihr könnt aber das ding einhauen aber darin wartet schon jemand besessener spitzbube ich bin wirklich komplett überfordert weil ich nicht weiß ob das so okay ist was hier gerade passiert da würde es rausgehen glaube ich dass sie da einfach so durchkommt alter der macht die genau so platt ich versuche einfach mal mit der aus dem kampf abzuhauen ach so feine sind zu nah alles klar gut dann hat sich das das schon erledigt aber ich kann hier hinten auch nicht runter mit der die sind alle in sich gefangen alter ja super das war klar da sind die feinde immer noch zu weit oder naja die folgen mir jetzt immer wieder ach ist das scheiße ich glaube ich kann neu laden ich komme hier überhaupt nicht weiter das ist alles nicht miteinander verbunden da hinten taucht wahrscheinlich auch wieder so ein vieh auf na komm lauf mal hin ok das finde ich jetzt wirklich extrem heftig lasst uns erstmal was anderes machen wir können da später noch mal her kommen also das meine fresse was ist da denn los ja also diese höhle hier überzeugt mich überhaupt nicht nö 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 ich verpiss mich wieder alter gut die zwergndamme meinte auch wir sollen es wieder vom acker machen ach so moment mal vielleicht doch wir reden noch mal mit ihr komm doch mal her irgendwo lag da noch so ein so ein buch rum ich weiß jetzt nicht mehr genau wo das noch lag na na gut reicht mir als info vielleicht ist loha damit schon zufrieden ähm ich geh kaputt ey ne ich wüsste nicht wie ich das zu dem zeitpunkt da unten irgendwie packen soll so dann hole ich die mal wieder raus wir wollten ja eigentlich sowieso hier hoch zu dem angriffsort mhm da wollten wir ursprünglich eigentlich hin wir haben uns bloß verlaufen ja aber mal ohne scheiß ist das also ich ja gut ich hab jetzt grad auch wirklich keinen nerv mich da mit der mit der situation da unten ewig auseinander zu setzen ich meine ich würde es gerne machen aber ich sehe da wirklich null ausweg muss ich dazu sagen Null hmm rote tinte ah genau na das sind die feindliche übernahme mhm 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 Das ist mein Bruder. Und ich habe keine Böden mit ihm gemacht. Der enormes, ungewöhnliche Troll looms über dich, mit seinen Füßen zu knutzen. Sein Exzpression ist sterben, aber du kannst den kleinsten Twinkle in seinen Intelligenten Augen sehen. Du hörst mich das erste Mal, Haretz? Sagen, dass du ihn durchaus gehört hast, er mag keine Deppen und du bist kein Depp. Er schreit einen jaggeden und magnanimousen Grin. Einer Pitchfork-pointed-Toeff scheint dich individuell zu verhindern. Wir sehen. Du willst meine Brücke? Schau an diese Brücke. Kein Taxpayer-Koing hat ihn in einem hohen Jahrzehnten getestet. Er schreit den Ecken der Brücke, schiebt einen großartigen Kronen, die in deinem Eindruck fliegt. Ich bin das einzige, der zwischen diesem Brücke und dem Vögel stand. In diesen Tagen ist alles in Verkaufung. Okay, er hat einen ganz schönen Durchblick, ne? Mit einem Seitenblick auf die toten Leerenwachten anmerken, dass du nicht enden willst wie sie. Well, ich habe sie töten. Niemand hat meinen Brücke für frei verabschiedet. Und sie haben nicht den Troll. Finde ich dir, sie hatten keine Töne, die zu bergenden. Keine Pockets für Kronen. Aber trotzdem. Ein Troll muss bei seinen Prinzipien stehen. Nicken und den Wunsch äußern, die Brücke zu überqueren. Er rumpft seine leeren Hände zusammen mit Klee. Sicher, sicher. Ein regularpreisungsbrücker-Kröse kommt sofort auf. Fünftausend. Und ich will keine weinen kleinen kleinen Baby-Näuse über die Brücke hören. Eine Augenbraue hochziehen und ihm sagen, dass da noch eine Leerenwachten auf der Brücke direkt hinter ihm ist. Ihm sagen, dass er lieber weniger nehmen sollte, weil sich dann mehr Leute die Überquerung leisten können. Den Bizeps spannen und ihm sagen, dass er es auch auf die harte Tour kriegen kann. Schreien und heulen wie ein Kleinkind. Die Waffen ziehen. Du haust ihn in Stücke, wenn es sein muss. Ihn fragen, ob du irgendwas tun kannst, um die Kosten zu senken. Ja, fragen wir erst mal das. Was denn für eine Konkurrenz? Hier ist keiner. Okay, nennen uns den Ort und wir schauen, was wir tun können. Das ist ein wenig non-kommittal. Aber ich werde das, was ich kann, um hier zu kommen. Grog drags a rough map in the dust of the bridge with one claw. Er dann spends an inordinate amount of time sketching a highly vulgar doodle of this marge he wants you to take care of. There. Now, for the moment, you'll need to back off. No pay, no stay. Geschäftsrivalen. Okay. Was denn die andere Brücke? Brücke von Mark dem Troll. Na toll. Wobei, kann ich hier nicht einfach außen rum gehen, oder? Soll ich hier noch mehr finden an dem Ort? Hier gibt es nicht mehr. Flüsterholz. Das können wir auch noch mal mitnehmen. Ja, da kommen wieder diese Giftpflanzen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und das war es dann für heute. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.